Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Der heutige Gedanke ist eine Weiterführung der Idee, dass Freude und Friede nicht bloß eitle Träume sind. Sie sind dein Recht, um dessen Willen, was du bist. Sie kommen von Gott zu dir, der nicht umhin kann, dir das zu geben, was er will. Da muss jedoch ein Ort sein, der bereitet wurde, um seine Gaben zu empfangen. Sie werden nicht mit Freude aufgenommen von einem Geist, der anstatt ihrer dort, wo seine hingehören, die Gaben empfangen hat, die er als Ersatz für seine machte. Wir suchen nur, was in Wahrheit uns gehört. Und ist es nicht sonderbar, was wir glauben zu wissen, was wir brauchen, um glücklich zu sein? Ist es nicht absolut verrückt, wie viel Leid wir uns dadurch zufügen, unser Leben damit verbringen, nach Glück zu suchen, nach Frieden zu suchen, nach geheilten Beziehungen zu suchen, nach irgendwie etwas zu streben, was uns das bringt, wovon wir glauben, dass wir es benötigen? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich lange Jahre, also, wow, wirklich viele Jahre damit verbracht habe, im finanziellen Mangel, in Mangel an Beziehungen, in Mangel letztendlich an allem zu leben. Und mein erstes Ziel war, wenn ich genügend Geld habe, dann, dann bin ich glücklich. Und solange dieses Ziel in meinem Geist nur vorgeherrscht hat, bin ich nicht an das Geld gekommen, egal, was ich alles angestellt habe, ich bin nicht an das gekommen, was ich wollte. Mein Bedürfnis war, meinen finanziellen Mangel endlich zu überwinden. Und du weißt ja, wie viele Tricks und wie viele tolle Ideen es hierfür in der Speaker-Szene, du kannst dieses Buch kaufen und jetzt funktioniert es und da ist noch etwas. Und wow, wie abgefahren diese Idee doch ist, mir fehlt es an Geld. Wie abgefahren die Idee doch ist, ich muss irgendwie eine, ich brauche ja, es muss ja nicht gleich eine heilige Beziehung sein, aber wenigstens eine, die irgendwie funktioniert. Und so habe ich viele, viele Leben damit verbracht. Viel Zeit damit verbracht. Und bis ich irgendwann geschnackelt habe, es dreht sich nicht um Geld und es dreht sich auch nicht um die Beziehung, in der ich bin oder nicht bin. Es dreht sich um das Glück in mir. Es dreht sich um die Wahrheit in mir. Und wenn ich die Wahrheit in mir realisiere, dann wird ja wohl dieser Körper auch versorgt werden. Dann müssen wir ja uns nicht mehr um diese körperlichen Bedürfnisse kümmern. Sie werden tatsächlich erfüllt. Für die Wahrheit ist doch alles möglich. Wer in Wahrheit ist, wer kann dann noch im Mangel leiden? Und so bin ich, ich habe dies schon an anderer Stelle erzählt. Ich habe Hartz IV bezogen und über drei Jahre hinweg. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich so für mich festgestellt habe, hey, stopp, so funktioniert das nicht. Ich kann ja noch zehn Jahre Hartz IV beziehen, was soll's. Ich kann ja noch weiterhin Sozialhilfe empfangen, was soll's. Aber ich bin in einem Kreislauf, den ich beenden muss, den niemand anders für mich beenden kann. Und dann bin ich dann zu diesem Herrn gegangen in seiner Amtsstube, hatte wieder einen Termin, wird immer wieder besprochen, wie die Lage ist. Und der hatte irgendwie ein gutes Verständnis für mich. Also wir sind uns auch irgendwie auf einer Ebene begegnet, in der wir uns verstanden haben. Und ich habe ihm an diesem Tag gesagt, ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts mehr von Ihnen. Ich brauche nichts mehr vom Staat. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe bisher immer gewollt, immer irgendetwas gewollt. Ich wollte immer irgendetwas von der Welt. Und das hat er gut verstanden. Und ich habe ihm noch gesagt, und jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, etwas zu geben. Und das, was ich gebe, werde ich empfangen. Und das war übrigens auch der Startschuss. Letztendlich nicht ganz zur gleichen Zeit, aber zu ähnlicher Zeit, als ich begonnen habe, des Morgens diese Podcast aufzusprechen. Und in diesem Augenblick hat sich wirklich alles verändert. Also wenn du in einem finanziellen Mangel bist, wenn deine Beziehungen nicht funktionieren, dann erwarte nichts mehr von der Welt, dann suche nichts mehr in der Welt. Dann gib, was du erfahren möchtest. Und das hast du nicht zum ersten Mal gehört. Das hörst du ziemlich oft. Und natürlich hatte ich damals immer wieder Erfahrungen, wo Friede und Freude und irgendetwas sich immer wieder mal gezeigt hat. Aber warum waren das keine beständigen Erfahrungen? Die Antwort ist ganz einfach. Ich habe mich immer gegen die Wahrheit entschieden. Ich habe etwas von der Welt gewollt. Und solange ich noch etwas von der Welt will, solange ich noch etwas von einer Beziehung will, dann will ich nicht die Wahrheit. Ich entscheide mich gegen die Wahrheit. Und diese Erfahrung zu machen, das ist etwas ganz Großartiges. Das ist etwas, das hat mein ganzes Denksystem, das wirklich auf Mangel sich aufgebaut hat, völlig verändert. Und wenn wir uns natürlich immer gegen die Wahrheit entscheiden, sind wir immer im Mangel mit allem. Oder? Hast du eine bessere Idee? Ich habe keine bessere Idee. Und meine Erfahrung ist eben diese, die ich mit dir geteilt habe. Und an diesem Punkt möchte ich gerne noch bestätigen, sagen, die Lehrer Gottes kommen von überall her. Sie kommen aus unterschiedlichen Religionen. Sie kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Sie haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Sie wurden in Elternhäusern geboren, die sehr unterschiedlich sind. Die einen haben diesen Mangel, den ich erlebt habe, noch nie erfahren. Aber sie haben andere Themen. Die anderen wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, in einem finanziellen Mangel zu sein. Sie haben andere Themen. Und so kommen die Lehrer Gottes von überall her. Aus ihren Familiensystemen, aus ihren sozialen Strukturen, aus ihren gesellschaftlichen Strukturen und aus ihren Gemeinschaften, die sie geprägt haben. Und von denen sie begonnen haben, sich zu lösen. Und sie können natürlich nur das lehren, was sie selbst in sich geheilt haben. Und deshalb scheint es Unterschiede zu geben bei den Lehrern Gottes. Aber die Unterschiede sind letztendlich nur dazu da, um unterschiedliche Menschen, die genau das erfahren haben, was ich zum Beispiel hier kommuniziere, abzuholen, um sie zur Wahrheit zu führen. Und deshalb spreche ich die Menschen an, die mit dem, was ich formuliere, etwas anfangen können. Und ein anderer Lehrer spricht andere Themen an. Und deshalb sollten wir nie andere Lehrer kritisieren. Wir sollten nie glauben, dass wir den, was weiß ich, die Weisheit mit dem Suppenlöffel gegessen haben und wir wüsten, was wir tun. Wer andere Lehrer, Schüler kritisiert, der hat seine Themen noch nicht gelöst und benutzt jede Session, jedes, alles, was er irgendwie tut, immer nur auf andere zu schauen. Wer noch auf andere schaut, hat sein Thema nicht geheilt. Oder wenn wir glauben, dieser ist genau der Beste, höre es dir an, dann ist das auch nicht das Richtige. Es ist, jeder fühlt sich an dem Punkt, an dem er sich hingezogen fühlt, zu dem Lehrer, wo er genau das bekommt, was für seine Entwicklung das Richtige ist, in dieser Phase, in der er ist. Aber eines haben die Lehrer Gottes gemeinsam. Sie deuten immer auf die Wahrheit hin. mit unterschiedlichen Worten, mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und auch natürlich Lebensmodellen. Schau, wir sind gerne mit dem Wohnmobil unterwegs und wir tun die Dinge, die wir tun, auch im Wohnmobil. Und der eine, der ist einfach viel lieber zu Hause und möchte sich gar nicht wegbewegen. Der andere gründet vielleicht Kurs in Wundern Gemeinschaften, was auch immer. Aber das Wichtige ist, dass wir nicht stehen bleiben und nicht auf die anderen schauen, was für Fehler sie machen, scheinbare Fehler, sondern endlich bei sich arbeiten, bei sich hinschauen und immer wieder auf die Wahrheit hinweisen. Und wo ist die Wahrheit? Natürlich in unserem Geist, in dir selbst. Und meine selbstgemachten Konzepte, ja, ich brauche Geld, dann geht es mir besser, das funktioniert für keinen von uns. Und das ist das, was ich dir aus meiner, aus meinem Lernen mitteilen kann. Und ich kann dir auch mitteilen, wenn du die Wahrheit in, wenn du dich nur nach der Wahrheit ausrichtest, wird alles zu dir kommen, was du benötigst, um einen glücklichen Traum zu erfahren, weil der Mangel in dir geheilt ist. Ich kenne genügend Menschen, unter anderem auch, die haben auch genügend Geld und ihr ganzes Streben war, dieses Geld zu erhalten. Und ich sehe, sie sind nicht glücklich, sie sind im Mangel. Und ich erlaube mir, auch dir zu sagen, lass deine Geld, es dreht sich nicht um das Geld erhalten und es dreht sich auch nicht darum, das Geld zu vermehren. Es dreht sich darum, den Mangel in dir zu beseitigen, indem du dich nach der Wahrheit ausrichtest. Und durch Vergebung. Und jedes Mal, wenn ich glaube, mir fehlt es an Geld, mir fehlt es an einer glücklichen Beziehung, mir fehlt es an einem guten Job, mir fehlt es an diesem und jenem, entscheide ich mich gegen die Wahrheit und genau deshalb bin ich im Mangel. Das ist alles. Das ist alles. Und ich glaube mir, ich wundere mich wirklich, was sich alles zeigt, wenn, wie viele Wunder, auch auf der physischen Ebene, wie viele Wunder sich zeigen, als ich begonnen habe, die Wahrheit zu lehren, was alles geschehen ist. Die Menschen, du kommst plötzlich mit Menschen zusammen, die dich unterstützen, egal in was. die dir auf eine Art und Weise Fülle zeigen, die vorher nicht möglich war. Lass dich von der Wahrheit erfüllen und nicht mehr vom Mangel. Wie spürst du den Unterschied? Wir schmieden Pläne, wir setzen uns Ziele, wir hängen, wischen Bords voll mit Motorbooten oder was weiß ich, was uns alles einfällt und nichts davon funktioniert, beziehungsweise wir erfahren keine ständige Fülle. Und deshalb brauchen wir immer mehr. Und was machen wir dadurch? Wir verstopfen den Kanal der Fülle. Wir verstopfen den Kanal des Wohlstands. Wir verstopfen den Kanal von heiligen Beziehungen. Und wir wollen eben nicht mehr den Kanal verstopfen, sondern den ganzen Mist herausnehmen, den Kanalreiniger Heiliger Geist hineinfließen lassen, so dass wir endlich vernünftig werden und erkennen, dass wir gar nichts brauchen von der Welt. Danke Gott. Du hast mir alles gegeben. Es genügt. Und das ist letztendlich das, obwohl ich es noch nicht gewusst habe, das ist das, was ich diesem guten Mann in seiner Amtsstube formuliert habe. Und er konnte mich nur mit großem Verständnis anschauen und mir mitteilen, ja, ich weiß, was Sie meinen, Herr Sumsam. Und das ist das, was ich dir heute geben kann. Und ich weiß, dass einige hier sind und zuhören, die genau in diesen Themen feststecken. Und das Ego findet immer neue Probleme. Die Welt ist nicht gemacht, um eine Lösung herbeizuführen. Dann gibt es das Bürgergeld. Ja, für den gibt es das Bürgergeld, für mich gibt es nicht. Und dann gibt es noch die Ausländer, die kommen hierher und bekommen das ohne Probleme, ohne irgendwelche Dinge, die sie tun oder erfüllen müssen. Und schon haben wir ein neues Problem. Und wir können uns wieder über irgendjemand aufregen, der mehr bekommt wie ich. Und jeder, der in der Idee verhaftet ist, jemand anders bekommt mehr wie ich, betet einen Götzen an. Und jeder, der Götzen anbetet, will immer mehr haben als der andere. Und immer wenn wir mehr haben wollen als der andere, sind wir immer, immer, immer im Mangel. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Und solange wir den Mangel noch wertschätzen, als Götze, den wir anbeten, solange kann, solange verzichten wir bewusst, ganz bewusst, auf Fülle. Man könnte auch sagen, Glück ist nicht wirklich eine Wahl. Du kannst dich nicht für Glück entscheiden. Glück ist keine Wahl. Unglück ist eine Wahl. Unglück ist eine Wahl, die wir in jedem Augenblick treffen, sobald wir glauben, mir fehlt etwas und ich bräuchte mehr von irgendetwas. Und wenn wir aufhören, uns dafür zu entscheiden, unglücklich zu sein, indem wir etwas wollen, das nicht da ist, werden wir hier und jetzt mehr Geschenke und mehr Wunder finden, als wir zählen können. Und Glück ist natürlich eines davon. Hast du das gehört? Wenn wir uns, wenn wir aufhören, uns dafür zu entscheiden, unglücklich zu sein, wird so viel Reichtum in dein Leben kommen, dass du es nicht zählen kannst, dass du nicht weißt, wie dir geschieht. Und natürlich ist dieses Leben hier als Mensch eine vorübergehende Erfahrung. Wie ein Roman, wie ein Film, wie ein super Kinofilm. Und was passiert zum Beispiel jetzt in der Szene, in der du dich befindest? Es ist einfach eine Szene. Was geschieht da gerade? Wir können im Mangel damit sein oder wir beginnen, es zu genießen. Genieße die Sequenz, die sich jetzt gerade zeigt. Genieße diesen Abschnitt. Liebe das Vorübergehende. Entscheide dich für die Wahrheit, während sich das Vorübergehende zeigt. Orientiere dich nicht am Vorübergehenden, denn sonst bist du wieder verloren. und dann wirst du auch erkennen, dass du nicht das Vorübergehende bist. Denn du bist die Wahrheit. Und je mehr du erkennst, dass du nicht das Vorübergehende bist, desto mehr entspannst du dich und desto mehr können sich die Wunder zeigen. Und desto mehr kann geliebt werden, was jetzt ist und wie es ist. Oder angenommen werden. Es geht durch dich hindurch, aber du glaubst nicht mehr, dass das Vorübergehende dich glücklich machen kann. Denn solange ich an das Vorübergehende glaube, entscheide ich mich für das Unglück. Und das sollten wir wirklich niemals vergessen. Heute entfernen wir alle bedeutungslosen und selbstgemachten Gaben, die wir auf den heiligen Altar legten, wo Gottes Gaben hingehören. Sein sind die Gaben, die in Wahrheit unsere Eigen sind. Sein sind die Gaben, die wir ererbten, bevor die Zeit war und die immer noch die unseren sein werden, wenn Zeit zu Ewigkeit geworden ist. Sein sind die Gaben, die jetzt in uns sind, denn sie sind zeitlos und wir brauchen nicht zu warten, um sie zu besitzen. Und sie sind schon heute unser. Danke Gott. Danke für deine Gaben. Es sind die meinen. Ich brauche mich nur noch nach diesen auszurichten, um glücklich zu sein. Um glücklich zu sein, ohne das Vorübergehende anzustarren, sondern weil ich das Glück in mir gefunden habe. Und ich möchte dich noch einmal erinnern, es gibt einen Lebenserhaltungsplan, der von Gott ist. Es gibt einen Heilsplan. Und noch einmal, dein Körper ist darin bestens versagt. Das ist das Kleinste, was überhaupt für dich möglich ist. Und es steht noch weitaus mehr für dich zur Verfügung, wenn du dich der Wahrheit zuwendest, wenn du dich vollkommen der Wahrheit öffnest und dich nicht mehr mit Kleinheiten dem Vorübergehenden beschäftigst. Natürlich sind Dinge zu tun. Natürlich hast du dies und jenes zu tun. Aber aus welchem Geist wird es getan? Und übrigens eine Frage noch. Was war denn eigentlich? Oder was bist du vor der Zeit? Was bist du vor der Zeit? Und was bist du nach der Zeit? Und jetzt frage ich dich noch etwas. Wann ist Zeit? Merkst du es? Alles fällt in sich zusammen. Die Zeit ist immer nur jetzt, die wir machen. Wir bilden uns zwar ein, in der Horizontalen zu sein, wo es eine Geburt gibt und einen Tod und dazwischen passiert etwas. Wann ist Zeit? Und Zeit ist natürlich der größte Taschenspielertrick des Egos. Zeit existiert in Wahrheit nicht. Aber Jesus nimmt natürlich die Begriffe, um uns klarzumachen oder vielleicht uns irgendwann die Frage zu stellen, hey, was bin ich eigentlich vor der Zeit? Was bin ich nach der Zeit? Und wann ist Zeit? Und das bringt dich sofort in die Vertikale. Und du entfernst dich von der Horizontalen. Und in der Vertikalen findest du die Wahrheit, nach der du so sehr suchst. Du suchst nicht nach Geld. Du suchst nicht nach Beziehungen. Du suchst nicht nach einem besseren Job. Du suchst nicht nach einem besseren Umfeld, nach einer schöneren Wohnung. Du suchst nicht das perfekte Essen. Du suchst nicht nach irgendwelchen Lebensmitteln, die dir den Körper erhalten. Du suchst in Wahrheit nur eines, die Wahrheit. Aber du benutzt all die Dinge, um das Persönliche, um die Idee von einem Körper, um die Idee von einem Lebensumstand wichtiger zu machen, als das, was du glaubst zu sein. Du suchst nur die Wahrheit. Wenn du dir heute irgendein Lebensmittel kaufst, du suchst nur die Wahrheit. Aber wir machen Zeit, um diese Dinge zu kaufen. Beziehungsweise wir machen Zeit, indem wir uns einreden, ich kann mir dies oder jenes nicht leisten, weil. Und dann brauchen wir wieder Zeit, um Geld zu haben, damit wir kaufen können. Wann ist Zeit? Was bist du vor der Zeit? Was bist du nach der Zeit? Du bist immer ewige Gegenwart. Nichts anderes. Und diese ewige Gegenwart, das ist deine Wahrheit. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Und Freude und Friede sind mein Erbe. Also entscheide dich nicht mehr für das Unglücklichsein, sondern entscheide dich jetzt für das, was in Wahrheit dir gehört, damit dieses Vorübergehende endet und du bemerkst, dass du nicht das Vorübergehende bist. Wir wollen nur die Gaben Gottes, der Freude und des Friedens. Und das ganz Wunderbare ist, wenn ich vorher noch von den Lehrern Gottes gesprochen habe, dann wird uns auch im Kurs in Wundern gesagt, die Schüler warten auf diejenigen, die diesen Kurs lehren. Und ich finde es so fantastisch, dass du auf mich gewartet hast und ich auf dich. Und wir alle dieser Verabredung zugestimmt haben, um auf diesem Weg den Kurs zu lehren und zu lernen. Auf diese Art und Weise den Kurs zu lehren und zu lernen. Und jetzt lehren und lernen wir, dass wir nur die Wahrheit suchen und nichts anderes. Denn nichts anderes macht uns glücklich. Und an dieser Stelle möchte ich auch all denjenigen an diesem Punkt noch einmal meine Dankbarkeit auch aussprechen, die zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal immer wieder formulieren, wie es ihnen gerade hierbei geht. Oder auch andere unterstützen, die Fragen haben. Denn ich kann schon lange nicht mehr alle Fragen beantworten, die auf mich einströmen. Und so auch hier herzlichen Dank. Das ist hilfreich für alle. Es wird nicht nur von dir gelesen und von demjenigen, denen das Thema angeht, sondern von vielen weiteren tausend Interessierten wird das gelesen. Und wenn wir uns alle jetzt unsere Energien und Kräfte bündeln und nur noch auf die Wahrheit hinweisen, dann wird zum Beispiel dieser YouTube-Kanal nicht nur ein Phänomen, das Gottfried Zumser leitet, sondern ein Phänomen, das du mit unterstützt und das dann zusammen erblüht. Und deshalb an dieser Stelle meine Dankbarkeit für dein Wirken. Denn wir beginnen jetzt zusammen zu lehren. Wir suchen nur, was in Wahrheit uns gehört. Und wir haben die Wahrheit gefunden. Denn sie ist in dir und du bestätigst, ja, sie ist in mir. Und ich bin bereit, diese zu finden. Und der Heilige Geist wird dieses ganze, wie soll ich sagen, Projekt im höchsten Maße mit seinen Wundern, die er zu geben hat, unterstützen. Danke für alles. Ich bin bereit, mich. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020